Musik Der Fahrradweg kommt dann vorbei. Bitte in 300 Metern rechts abbiegen auf die K6171. Die italienische Chanson und Schlagersängerin Milva ist tot. Es berechnen mehrere italienische Medien unter Berufung auf ihre Familie. Milva wurde 91 Jahre alt. In Deutschland wurde sie Ende der 1970er-Jahre gekannt. Wir haben noch Zeit für die Palizena 3. Jetzt noch mal der Hinweis. Das ist das Ding, wo wir damals reingegangen sind. Nach der Hochzeit hier. Da ist Bilder drin mit dem Kreuzmindergrund. Aber Oma Oma ist ja ein ganz alter, historischer. Warum sieht die noch so neu aus? Von außen noch restauriert, aber nicht so. Hallo Leute, wir sind hier in Räikkinau. Und dann macht er nach. Räikkinau einmal. Mit mir auch. Mit mir auch. Bei den Bonnwintergrund. Mit mir auch. Mit eins. Mit ihr seid. Mit dem, auf den Weg. 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 Das ist eine Frage, die ich kriege. So we are here in Raikinau Island. So we are here now, the other side is our place, Island's Back, and there is Switzerland. So we are here in Raikinau Island. So we are here in Raikinau Island. So, we are here in Raikinau Island. So, you are here in Raikinau Island. So, stop, not too far. Angel, that's a big part of the road. So, that's good. Fertig. So, I'll do it now. So, let's see how I did it. So, let's see how you see it. Raikinau Island. Raikinau Island. Yeah. Heli. No. Ready. So, will we take off the coast? Sorry. I'm going to eat some food on the coast. I'm going to eat some food, so it's always been давant. So, we have to watch out. We have to eat some food, and I can eat some food. We have to eat some food. We have to eat some food. I'm going to eat some food and we want to eat some food. We will eat some food. Heli! Der Fahrradweg kommt dann vorbei. Der Fahrradweg kommt dann vorbei. Achso! Aber wie so einst der Mauer gemacht werden kann, denn er ist ja nicht so einfach. Ja, siehst du bald. Das ist ganz ruhig. Genau, es kommt da hin. Nichts. Nichts. Das ist voll. Das ist alles voll. Ich hoffe nicht, dass du das ansehen kannst. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017